habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt ich meine ja es ist der finale boss aber trotzdem ich habe zumindest gehofft was für ein spiel oder und was für ein display ja hier sind vielen fischer power ab wie rum ist mir eigentlich gerade mal egal ich kann ja nicht da oben gar nicht so einfach hin obwohl vielleicht schützt uns die forst genug so ausprobieren kann ja schade ist nicht noch ein bisschen weil er nach links kann das geht auch gar nicht kann ich da hin ohne dass wir getroffen werden wenn wir zwei bits hätten wir haben ja auch relativ großen abstand zum schiff im vergleich zur forst die uns direkt reinhängt damit habe ich nicht gerechnet über zuschauer als ich die aufnahme begonnen habe ich dachte ich bin super smart und habe hier den den gameplan für faule ausgepackt aber irgendwie die babys dauerhaft ausweichen ohne forst stell dir das mal vor wenn wir jetzt die forst nicht hätten wenn die irgendwo beim gegner drinstecken wir müssen die die ganze zeit ich probiere noch ein kleines bisschen rum tut mir wahnsinnig leid über zuschauer aber um probieren muss gemacht werden ich meine die haben ja schließlich ein muster in bestimmte reihenfolge das ist halt nur dass dann unser unser bewegungs freiraum natürlich arg eingeschränkt wird ich kratze mir das kinn und überlege ich will das nicht von vorne einfangen nur um blöde bits zu sammeln aber ich kann mir auch beim besten will nicht vorstellen dass wir den 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 babys dann eine halbe ewigkeit ausweichen müssen zusammen mit den mit den sonics das kann natürlich sein aber es muss doch echt eine bessere methode geben naja ich probiere noch ein kleines bisschen das so zu schaffen die mich jetzt einfach ganz normal spiele wenn man so möchte schon unten links sind wir noch ein bisschen besser dran weil der zweite sonniger dann hier irgendwo oberhalb von uns rumgammelt aber die viecher sind auch so schnell genau an der stelle kommen auch besonders viele auf einmal ne besonders viele babies achja und ich kann ja die force auch beliebig weit werfen das vergesse ich immer ich glaube bleibe ich da wirklich mal am linken rand damit die nicht alle im zentrum sind die ganzen babies und alle gleichzeitig auf mich zu stürmen ich meine selbst wenn ich da noch eine möglichkeit finde für eine schöne position wo wir ewig ausharren können dem äh typen das ding ins gesicht werfen und danach eine runde aushalten müssen wir ja so oder so und das timing muss ich ja so oder so drauf haben welchen übungen hilft da wohl alles nichts nicht wahr das sind ja auch so viele weil wenn ich es richtig einstelle kann ist der sonic ja hier nichts ich weiß nur nicht was ich mit den ganzen babies dann mache okay das geht und nun lieber zuschauer ich probiere mal absolut maximales button mashing zu machen so gut wie ich kann das ist ja die frage wie lange wir brauchen ne oder wie lange wir durchhalten müssen also das geht schon mal das ist schon mal ne ne position wo ich mich halt nicht auf alles konzentrieren muss automatisch wie gesagt sonst ist natürlich das timing und die ganzen babies anders als zu viel und wo gerade der der sonic ist und bla bla aber ich natürlich an der linken stelle bleiben kann und das passt einigermaßen mit dem mit dem muster der der babies da ich im moment zeit habe mich zu erholen von der anstrengung und von der benötigten konzentration naja vielleicht spiele ich es mal nochmal das ist natürlich nicht das was ich machen möchte aber hey ich bin mir vielleicht mal ein kleines bisschen so wie gedacht ach man das wäre so schön gewesen oder wenn ich mich einfach unten rechts abgeparkt hätte und dann hätte ich einfach gewartet mich zurückgelehnt aber schön dass ich hier nochmal so am anfang den fetten pio reinwirken kann ja ok die stelle die stelle geht schon also der übergang vom anfang bis zum reinwerfen und dann die stelle kurz danach das geht schon danach muss ich halt mal schauen wie ich es hinkriege mit dem ausweichen gut möglich dass dann irgendwann so ein ja so ein gleichmäßiges muster entwickle weil die babies haben ja auch mal so eine vorgegebenen spawn wie eine art rhythmus er sich wiederholt vielen dank fürs power up naja ja cool aussehen tut der typ ja ne gerade wenn er sein maul aufmacht du 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 ohne da wirklich auf die Sonics achten zu müssen. Bin ein kleines bisschen überfordert, muss ich zugeben. Es ist einfach zu viel auf dem Bildschirm, der sich komisch bewegt. Und der Sonic danach, das ist der, der diese ganz schmale Lipsen macht. Natürlich assi. Kann natürlich durchaus sein, dass ich mich dann wirklich um die Sonics herum bewegen muss. Das wäre natürlich sehr assi. Kann natürlich trotzdem sein, dass es da irgendein Muster gibt. Aber das wäre einfach zu heftig. Ja, das ist genau das, was ich meine. Auf der einen Seite brauchst du den Platz auch da, wo die Sonics sind, um ordentlich ausweichen zu können. Und auf der anderen Seite musst du halt auch, dass die Dinger dich nicht treffen. Und wir wissen halt immer noch nicht, wie lange ich durchhalten muss. Ich gehe dann schon immer zu maximalen Button-Mashing über, einfach in der Hoffnung, dass es irgendwann klappt. Zumal wir auch nur eine begrenzte Anzahl an Schuss auf dem Bildschirm haben können gleichzeitig. Und wenn die Force natürlich im Gegner steckt, dann kann ich da natürlich übelst auf die Tastatur hauen, um fetten Damage zu drücken. So, was geht ab? Ja, habe ich die Oberer nicht getroffen. Das ist auch mal so scheiße. Wenn du halt irgendjemanden treffen willst davon und dann schaffst du es nicht, dann hast du Pech. Ach Mensch, ich will das jetzt schaffen. Aber ich wette, wenn wir zwei Bits hätten... Oh, oh. Ich habe sie vorerst nicht gekriegt. Die ist mir entglitten. Ja, ich wette, wenn wir zwei Bits hätten, dann gäbe es ja bestimmt irgendeine Stelle, wo wir einfach nur hin müssen. Und dann ein bisschen rumballern. Und dann erst jöt. Ach ja, was für ein Level, hä? Ich habe trotzdem das Gefühl, wir kommen immer einen Schritt näher der ganzen Angelegenheit. Können wir jetzt schon ein paar mal ein, zwei Sachen ausprobiert gehabt. Nur mal festzustellen, okay, das geht eben nicht. Wie zum Beispiel einfach den Gegner ein bisschen auszustallen. Abzuwarten, der Hoffnung, dass er aus Langeweile aufgibt. Wie das andere Gegner ja auch machen. Ich gucke immer ganz kurz ab, wie wir mit dich sind. Also hier, mit dich. Wenn es hier losgeht. Ist natürlich doof, wer mich daneben trifft. Genau, den hier vor... Ah ja, das ist Bauch. Ach, leck mich doch, Spiel. Komm schon. Ich könnte wenigstens mal bis zum nächsten Sonic überleben, oder? Aber ich glaube, ich darf mich einfach auf nichts konzentrieren. Ich muss halt irgendwie die... Das Muster von, äh... Zumindest von dem oberen Sonic irgendwie so im... Ja, im Augenwinkel haben, oder im Gefühl. Und dann hier die maximalen Ausweich-Skills präsentieren. Aber ja... Leichter gesagt als getan, ne? Da muss ich mal meinen Ultra-Instinkt aktivieren. So! Und dann mach mal... Ah, Junge! Jeeeeeech, Mann! Ich bin immer zwischen, naja... Noch ein bisschen länger durchhalten und noch ein bisschen Gefühl dafür bekommen, dann geht das schon. Und zwischen, hm... Vielleicht soll ich doch mal irgendwie von vorne anfangen und mir ein paar Bits holen. Ich meine, ich könnte natürlich den Safe-State benutzen für sowas. Das wäre, äh... Ja, absolut easy. Jedes Mal, wenn ich sterbe, einfach wieder laden und dann gucken, was passiert. Aber sowas will man ja halt auch nicht, ne? Gerade jetzt... Das ganze Spiel ist so gut geschafft. Und selbst die schwierigen Hürden gemeistert. Und so viel geübt. Nur um bestimmte Stellen zu schaffen. Nur um dann ganz am Schluss aufzugeben und zu sagen, ach ja, ist egal. Das wäre ja lame! Das wäre trotzdem auch cool, was wieder rumspringt, ne? Finde ich zumindestens. Du mitzgepflin ist ja wahrscheinlich auch nicht. Du mitzuhörstel- Du mitzuhörstel- Du mitzuhörstel- Komm schon, Junge, Mann! Das war echt lang, oder? Wie lang hätten wir noch durchhalten müssen? Bestimmt nicht mehr so ewig. Ach, kacke. Ja, ist natürlich dann fies gewesen, weil der nächste Sonic unser Feld noch mehr einschränkt. Ach, kacke. Komm, das war so cool. Oh Mann! Da war ich echt in der Matrix. Schiert. Ob ich dem ovalen Ding auch ausweichen kann? Und kann weiterhin unten links bleiben? Also ich müsste natürlich nicht, und vielleicht ist das auch nicht unbedingt das Sinnvolle zu tun, aber... Ich frage mich, ob es einfach nur möglich ist. Wiuwiuwiuwiuwiuwiuwiuwiuw. Ich bin ja auch mal mega konzentriert. Ja, shit. Das war wohl nichts. Aber wie gesagt, ich frage mich immer, wie viel Lebensenergie er noch hat, der Gegner. Dass es da keine Anzeige gibt, ist da fast ein wenig schade. Nur um zu wissen, hey, haben wir es schon fast geschafft. Hätte noch eine Sekunde gereicht. Oder ist es so wie, ja, ja, ist zwar schön, aber... Den dritten Sonic hätte es genau auch aushalten müssen. Und den vierten auch. So, gib mir mein Power-Up. Ich bleib ja momentan beim Kolkat der Helixstrahl. Ich hoffe, dass er so mega fette Hitbox hat. Okay, schön mittig. Mir gefällt mir das. Aber zwischen den... Also direkt vor den Typen pass ich 100 Pro nicht. Oh, scheiße. Ich habe vergessen, einen Schuss aufzuladen. Ich war abgelenkt. Ach ja, lieber Zuschauer, das mache ich nur, das mache ich nur.